hallo herzlich willkommen zurück beim red dogs für unser let's play need for speed pro street heute habe ich mir die zeit genommen mit die wagen zum ein bisschen design zu machen und gucken sie die die schön jetzt oder ich gucke oder ich kann dreh ja das spiel war einfach etwas gut finde ich für die zeit hat ich sieht schön gut aus oder jetzt wir müssen einfach die wagen ein bisschen verbessern und dafür muss ich einfach in die verbesserung modus gehen für die teile gut hier bin ich bei diesem motor und dann mache ich einfach alles hoch weil da da brauchen wir einfach schön kraft oder und das nicht roh mache ich einfach hoch ist und einfach auch gas geben nicht langweilig sein okay brems lasse ich einfach so und ich kann nichts mehr machen okay das war's und jetzt machen wir weiter mit uns let's play so jetzt wir gehen auf nächste strecke so okay wir haben das geschafft jetzt jetzt gehen wir hier so jetzt gehen wir diese diese aber nicht so viel zeit so viel zeit so viel wall ich habe nur zwei wagen für die moment aber das wäre einfach schön mehr kommen das verbrechen verspreche ich einfach schön okay jetzt fangen wir an mit uns erste renne und ob ich das einfach das wäre auch nicht so schwer das jetzt ich kann einfach leider für die moment nicht so viel investieren 8000 dollars sind einfach verfügbar aber alles ist wieder teuer und reparatur kostet uns auch etwas geld oh jetzt hat die wagen auch zwei ps gewohnt jetzt starten wir wir haben Platz behalten. Die Strecke ist schön... ...dass komplizierend. Guck mal. Wir holen uns alle. Aber ich komme nicht. Wir haben die Strecke. Wir haben die Strecke, die wir hier verletzen. Ja, ja, ja. Wir sehen uns ja hier. Es ist schon anstrengend. Aber nächster Platz, immerhin. Bewegung! Ah ja! Ah, wird mal geschoben! Für den Moment sieht das nicht so gut aus. Aber vielleicht ich! Und jetzt vermalte ich hoch! Ah, fünfter Platz! Immerhin! Ah, das reicht nicht! Das reicht nicht! Wir müssen es besser machen! Aber der Anfang ist schon schwer, muss ich sagen. Aber wir schaffen das! So, nächster Rund! Wir machen diese Zeitrennen! Ja, die Wagen ist schön! Ach, ich muss mal reparieren! Oh yeah! Ich habe es vergessen! Ah, wir reparieren die Wagen ohne Käse zu benutzen! Oder? Oh! Kann man auch schon, äh... Cache benutzen! So! Jetzt weiter geht's! Ich hoffe, das wird funktioniert jetzt! Ich hoffe, das wird funktioniert jetzt! Das ist schon... Das reicht noch nicht ganze, die ganze Einstellung mit der Wagen! Aber! Ich kann nichts dafür! Ich bin hier denn Amateur! Aber! Ja, vielleicht steht mal etwas hier raus! Sehr eng! Die Kurven! Die Kurven sind einfach sehr eng! Wie haben wir das? Ja, ich bin immer mehr. Na zwei, bin ich noch. Er war, dass wir es sind, seit ich sie gesehen haben. No, ich bin nur für ein Ack. Meinzu viel, als ich nicht! Das ist schuisch, als ich ihr hier... Wie ist es... Er ist eine Knappe. Das war nicht so gemein wieder. Boah, einer hat schön die beste Zeit gemacht, die 43 Sekunden. Das war die Lesterinbuhr. Die wollen mehr, mehr Power, aber ich hab leider nicht. Trotzdem haben wir die dritte Pleist erreicht. Okay, weiter geht's. Ach, kriegt man ja 200 Cash für die dritte Platz. Das ist auch nicht so viel, oder? Weiter geht's. Dann machen wir diese Grip mit verschiedenen Gegnern. Es sind zwei Klasse, die Klasse A und Klasse B. Und wir sind, ich glaube, in die Klasse A. Jetzt mal ein Kupress. Ich bin nicht sicher oder wir werden diese Wagen werden. Ich weiß, ich hab noch die letzte Partie angefangen für ein paar Zeit. Und ich hab diese Wagen nicht mehr benutzt. Weil ich hab nur diese Eclipse aufgefallen. Und die Eclipse wird so ein bisschen umgedreht. Und das war die Renner. Und das war die Runde. Und das war die Runde, die Runde. Ich hab keinen Falle. Haha. Ja ja. Dass das Partie eigentlich kündigert wird. Und angesagt wird. Ah. Das geht durch. Ich bin gerade am besseren Wagen als wie ihr. Kommen die dazu? Ja. Ah, ich verpasste. Nehmt freude Platz. Ich bin dran. Ah. Ah, jetzt sind wir gut, sind wir gut. Ah, diese Schreck, die muss man einfach nicht unbedingt um den Prozenten verrichtet werden. Die sind schön schwer. Ah, er hat uns überrollt. Eieieiei. Eieieiei. Ah, die kriegt nicht. Bewegung. Lass mich durch. Eieieiei. Eieiei. Na ja, die blockieren uns. Er will nicht, dass ich komme. Einfach vorbei. Aber ich habe noch ein Niveau. Und das werde ich noch nützen. Was? Ja, das ist ein Hintergrund. Da ist noch nicht. Es ist paper. Ich bin gerade nicht der Mann. Ich bin gerade nicht der Mann. 2. Platz immerhin haha wir sind gut ok das war nicht schlecht diese 2. Platz gut die bringen uns nicht so viel Geld aber trotzdem war immerhin sehr gute Zeit aber wir müssen einfach auch etwas gewinnen trotzdem müssen wir mit unserem neuen Glück versuchen das Sprint zu zu gewinnen war aber wir haben noch mehr PS als die alle anderen jetzt geht los immer gucken dass ich komme in die gelbe Bereich nicht so ach der war ganz schwer mein Börn mein Börn ich habe einen Stalt oh das war ganz schwer ganz schwer war das aber gut immerhin haben wir gewonnen die Burnout der war einfach schlecht siebter Platz aber gut wir haben Zeit wir können das wieder wieder bekommen wir gehen an S3 die S3 die können einfach schon richtig Gas geben die S3 die können einfach schon richtig Gas geben und ich habe noch gewonnen wut das war einfach knapp gewesen ja 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 aber die Zeit die ist nicht gut ahhh jetzt ich muss eine richtig gute Zeit bringen aber wir versuchen wieder letzte Chance Gute Burn, jetzt, dieses Mal. Oh nein, das ist Katastrophe. Ah ja, oh, wir müssen das wiederholen. Ich war ganz schwer wieder. Eieieiei. Okay, weiter geht's. Ja, am Anfang, das ist auch die Schade, das einfach, wir müssen einfach mitmachen mit, was wir haben für Material. Okay, gut. Gut, ich werde zeigen, wir machen wieder Reparatur. Reparatur, Reparatur. Das ist nicht so einfach. Okay, ich repariere die Nissan. Und dann, mit dem Pass, okay. Und wir machen wieder, den ersten Rennen wieder. Ja, ich muss die Rennen wiederholen. Das bringt uns nicht so weit für den Moment. Aber ich mache das gerne. Das ist auch für euch auch ein bisschen, auch. Ihr könnt sehen, das ist einfach auch nicht so einfach mit dem ganzen Anfang. Aber das Spiel hat immer sehr gute, sehr gute Basis einfach eingewickelt. So, ich bin die ganze Schwach. Die Autoren, die haben 180 PS, wieder 180 PS. Und wir haben noch nicht mal 160 PS. Eieieiei. Aber gut, ich muss jetzt versuchen, man kann man besten fahren. Okay. Ich mache das gut dabei. Ich habe Platz. Ich habe die Fläche. Ja, ja, danke! Und warum wird der Brems- und blockiert mich, aber? Regum! Torrisch! Gute Platz! Ah! Ah ja, danke! Ah! Ja, und ich stehe fest! Ich habe nicht so viel PS, aber jetzt habe ich bestimmt wegen dieser Schatten ein bisschen weniger. So, jetzt zeige ich dir, wie alles geht bei mir, total! Letzte Räume! Letzte Räume! Ja, Bewegungen wie deine Corvette! Aber die ist schön! Kann man tauchen! Ich geb dir meine! Das wäre dann einfach auch so, was? Das wäre dann einfach auch so, was? Ah! Bewegung! Ah! Und der wegkippt mich im Tor jetzt! Ah! Ah! Ist der bescheuert oder nicht? Ah! 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 Dritte Platz! Das ist immer sehr gut! Sehr gut! Oder? Ah! Ah! Ja! Ja! Das ist eine lange, lange Wiederholung für uns einfach! Aber! Vielleicht kann ich einfach auch mehr etwas rausholen! Dritte! Zweite! Ja! Das ist gut! Das ist gut! Ich könnte einfach vielleicht erste machen mit dem Sprint! Das wäre doch einfach auch super! Für den Moment, das sieht mal nicht so gut aus! Aber das kann einfach funktionieren! So! Jetzt mal zuckeln! Ja! Ich muss immer gucken, dass ich mich nicht unter... Jawohl! Gute Bernhard! Ah! 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 Diese Udi! Die war einfach mehr schnell als uns! Aha! Aber nicht schlecht für die Zeit, oder? 14,1! Wir sind dritte! Ah! Jetzt... Jetzt müssen wir das schaffen! Die erste Platz! So! Vielleicht ihr! Wir gehen an RSX! Ja! Gute Burnout! Ja! Gute Burnout! Jetzt geht's hoch! Ah! Ah! 14,19! Ah! Ah! Das war nicht gut! Aber wir sind nicht so gut da dran! Aber! Vielleicht jetzt! Vielleicht jetzt! Ich hoffe es! Ja! Gute Burnout! Aha! Die Udi ist rein! Die geht einfach wie eine Rocket! Und ich habe auch die Feder genommen! Füllen Sender Wir werden tritt vierte Platz sogar Oje Das ist nicht gut Aja ja 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 So, aber Siga, muss man einfach gucken, was ich kann einfach wiederholen. Ich mache noch einmal diesen Sprint und dann machen wir den Schluss für euch einfach. Mit unserem Let's Play Need for Speed Pro Street. Wir machen noch sowieso weiter, ich versuche eine Folge jede Woche zu machen und ich hoffe, dass wir einfach auch so bleiben, wenn das kommt auch nix zwischen Zeit einfach. Weil viele Projekte auf meinem Kanal, ich muss einfach immer gucken, dass die Zeit ist da für alles. Aber ich halte mich fest an meinem Programm. Ah, das ist die... Ah doch, wir haben schon 50% erreicht. Ah, diese Hoodie, die beklopft einfach. Ah, ja, 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 ja. Ah, dieses Wandi stinkt die. Jetzt, 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 jetzt. Oh, wir haben die Hoodie geschlagen, aber das war noch nicht die gute Zeit. Jetzt, jetzt, oh, vierte Platz. Oh, ja, 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 ja. Das ist schwer, das ist schwer. Aber, das bleibt entspannend. Sowieso. Ah, gegen dieselbe Wage. Gute Börse, das war nicht gut. Jetzt versuche ich eine gute Zeit zu machen. Gute Börse, das war immerhin besser als vorher. Wir sind fünfter Platz. Das langt doch nicht, das langt nicht. Die sieht gut aus. Gute Börse. 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 und mal schauen, was wir erreichen. Aber ich glaube, wir müssen wieder alles verwässern in die Zeit. Das ist wieder eine Strecke, eine Strecke der Anfahrt. Ich glaube, das ist ein Schatten. Das ist ein Schatten. Er hat sehr viele enge Kurve. Und einander, er hat die besten Streit gemacht. Wir mussten schon in die zweite Raum gehen und ich hab trotzdem die dritte Zeit gemacht. Ich bin noch nicht zufrieden. Ich hab auch Glück wieder hier. Ich bin noch nicht zufrieden. Oh weiter geht's. 4. Platz gemacht. Eieieiei, ich komm zu schnell, ne? Eieieiei, ich hab's noch schade. Ah, das werft nix wieder. Eieieiei. So, umwärts. Ah, das werft nix. Ah, die ist wirklich einfach schrecklich, die Waage, ne? Ne, wirklich höchst sage. Wenn die hat einfach keine PS, dann bringen sie gar nix einfach. Und dann hab ich auch schade gemacht, dann... Ah, wenn ich bin, ich habe einen Bissett-Dimotor. Sechter. Ah, wir sind nicht gut, wir sind nicht gut. Okay, das war unser letztes Versuch, wir müssen das wieder nachholen, so, mal gucken, was einfach nachholen, weil ich kann einfach auch echt sagen, dass die zweite und dritte Platz, das ist schon gut, aber die vierte und fünfte Platz, das ist gar nicht gut, also gut, aber ein bisschen Cash, aber ich kann einfach auch nichts großartiges machen, aber wir machen weiter, nächste Round, nächste Büro, okay, ciao alle, da sie dran, ciao.